Zu Jazz, Talk und Snack öffnen die Cottbusser Serviceclubs bereits zum achten Mal gemeinsam die Türen des Dieselkraftwerks. Jazz trifft Kunst. Das Benefizkonzert am 20. März von 11 bis 14 Uhr. Den musikalischen Rahmen gestaltet das Berliner Jazzquintett The Toughest Tenors. Der Erlös der Veranstaltung kommt dem Cottbusser Frauenhaus zugute. Karten gibt es im Vorverkauf im Besucherservice des Staatstheaters, im Dieselkraftwerk und bei LTV.